Hi, schön, dass du da bist. Die Fragestellung dieses Videos lautet, wie zerfällt eine radioaktive Substanz nach dem Alpha-Zerfall? Als Vorwissen solltest du wissen, was Radioaktivität und Isotope sind. Kenntnisse zum Periodensystem sind ebenfalls hilfreich. Auch hierzu gibt es ein Video. In dem Video zur Radioaktivität hatten wir gelernt, dass ein Atom zerfallen kann. Dies passiert insbesondere dann, wenn die Masse des Kerns zu groß ist oder das Verhältnis von Proton zum Neutron nicht stimmt. Beim Zerfall des Kerns entsteht dann Strahlung. Wie und welche Art von Strahlung entsteht, werden wir uns nun genauer ansehen. In diesem Video beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Alpha-Zerfall. Über den Beta-Zerfall und den Gamma-Zerfall gibt es weitere Videos. In den folgenden Abbildungen werden wir immer nur den Kern betrachten. Die Hülle des Atoms wird dabei nicht abgebildet. Okay, starten wir mit der ersten Zerfallsart, dem sogenannten Alpha-Zerfall. Dazu betrachten wir ein Beispiel, nämlich das Element Radium. Das Element Radium hat die Massenzahl 226 und ist radioaktiv. Die Massenzahl liegt ja über der von 209, ab der alle Elemente radioaktiv sind. Der Kern von Radium ist nicht stabil und hat daher das Bestreben, einen stabileren Zustand zu erreichen. Den erreicht er, indem er zu zerfallen beginnt. Dazu werden aus dem Kern zwei Neutronen und zwei Protonen herausgeschleudert. Wenn nun zwei Neutronen und zwei Protonen den Kern verlassen, reduziert sich die Massenzahl von 226 auf 222. Das heißt, der Kern wird kleiner. Gleichzeitig ändert sich die Ordnungszahl, da ja die Zahl der Protonen durch die Ordnungszahl wiedergespiegelt wird. Das heißt, die Ordnungszahl 88 rechnen wir dann minus zwei Protonen, die herausgeflogen sind und haben damit 86 Protonen im Kern. Das bedeutet also, dass das Radium mit der Ordnungszahl 88 zu Radon mit der Ordnungszahl 86 zerfallen ist. Wenn sich nun die Protonzahl um zwei verändert hat, muss dies auch mit den Elektronen in der Hülle geschehen sein. Denn sonst gilt die Neutralität des Atoms ja nicht mehr. Das heißt, es werden noch zwei Elektronen der ursprünglichen 88 Elektronen, die in der Hülle waren, entsendet, sodass mit 86 Elektronen die Neutralität des Atoms hergestellt wird. Soweit. Betrachten wir nun die vier davonfliegenden Kernteilchen, also die zwei Protonen und die zwei Neutronen etwas genauer. Die zwei Protonen und zwei Neutronen sind erstmal nichts anderes als ein Heliumkern. Wenn wir ins Periodensystem schauen, ist dies ja leicht erkennbar. Die zwei Protonen lassen sich anhand der Ordnungszahl 2 ablesen. Die zwei Neutronen zusammen mit den zwei Protonen ergeben die Masse 4u. Okay, wir wissen also nun, dass beim Alpha-Zerfall ein Heliumkern aus dem Kern geschleudert wird. Man nennt diesen Heliumkern auch Alpha-Teilchen. Das Alpha-Teilchen hat bei seiner Entsendung eine Geschwindigkeit von einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit, verliert diese Geschwindigkeit aber sehr schnell, sodass es nur noch wenige Zentimeter weit kommt. Sobald das Alpha-Teilchen an Geschwindigkeit verloren hat, kann es freie Elektronen aufnehmen, zum Beispiel die zwei Elektronen, die ja gerade freigegeben wurden. Aus dem Alpha-Teilchen wird dann ein neutrales Heliumatom, welches nicht weiter zerfällt, sondern eben stabil ist. Radon wiederum ist immer noch nicht stabil und zerfällt weiter nach dem Prinzip des Alpha-Zerfalls. Du siehst also, dass es mit dem Zerfall des Radiums noch nicht getan ist, da Radon weiterhin zerfällt. Auch dieses hat ja eine Massenzahl von über 209. Es entsteht also eine ganze Zerfallsreihe, aber dazu später mehr in dem Video zur Nukleidkarte und den Zerfallsreihen. Dort erfährst du auch, wie man herausbekommt, welches Element nun nach welchem Zerfall zerfällt. Wie gefährlich ist Alpha-Strahlung nun? Für uns Menschen kann Alpha-Strahlung tatsächlich sehr schädlich sein. Man kann sich aber umgekehrt auch recht leicht vor ihr schützen. Es reicht schon ein wenig Abstand von der Quelle. Alpha-Strahlung ist nicht in der Lage, einfachste Gegenstände wie zum Beispiel Papier zu durchdringen. Eine Abschirbung ist daher leicht möglich. Okay, wenn du nun alles verstanden hast, dann weißt du, wie eine radioaktive Substanz nach dem Alpha-Zerfall zerfällt. Wenn du noch unsicher sein solltest, dann könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, der dir helfen kann. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Beta-Minus- und dem Beta-Plus-Zerfall.